Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Blacktail Innocence hier bei Heisenberg Zockt. So, vom Regen in die Traufe, denn ja da hinten waren schon so viele. Jetzt hat es hier noch mehr, wenn man hier mal guckt. Da ist zwar einer ohne Helm immerhin, dahinter ist Kollege Schild mit Helm, da oben ist es nochmal Schild mit Helm. Ratten, sie wollen rauskommen. Ach, die Ratten wollen raus, ja das dürfen sie natürlich. Ähm, da müssen wir das Licht ausknipsen da oben. Das bringt aber nichts, wenn da keiner ist. Ich würde sagen, oh, das könnten wir auch noch. Okay, das bringt aber auch nichts. Ich würde sagen, wir müssen mal hier hoch. Die haben uns aber jetzt nicht schon entdeckt. Das kann ja wohl nicht angehen. Okay, hier könnten wir die Ratten rauslocken. Das würde ich glatt mal tun. Ähm, und zwar Lock Lock mit Flammendingens. Ja, haben wir ja noch. Okay, dann mit dem Rattenbefehl sozusagen. Wir ziehen euch mal rüber. Und jetzt... Ah, Moment, das hat irgendwie... Ja, fürchterlich nicht geklappt. Kriege ich die doch noch rüber? Moment. Nimm die Ratten, nimm die Ratten. Warum nimmst du denn die Ratten nicht? Äh, neun. Jetzt. Okay. Jawohl. Das hat funktioniert. Puh, das war jetzt aber irgendwie Glück. Das muss ich zugeben. Ne, bleib mal in Deckung. Ähm, weil ich hatte hier einen riesen Durcheinander mit den Tasten. Ich habe eine neue Tastatur. Ähm, die macht keinen Krach mehr. Dafür sind die Tasten überall woanders. Das heisst, ich muss mich jetzt erst wieder daran gewöhnen, ähm, wie das hier alles funktioniert. Da liegt noch ein totes Schweinchen. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch den da oben. Oder haben wir noch mehr von denen? Ich glaube, das ist nur noch der Bodenschütze. Oh, da kommt aber was daher geflogen. Ja, das sind die Pfeile. Gut, wir warten einen Moment, bis der, ähm, ja, die Lust verliert sozusagen. Und dann werden wir den mit einem Steinchen umhauen, sobald wir näher dran sind. Würde ich vorschlagen. Aber das mit den Ratten war cool. Das hat tatsächlich geklappt. Obwohl ich hier wirklich das Ghetto hatte mit den Knöpfen. Ist halt blöd, wenn die tatsächlich woanders sind wie sonst. Aber dafür ist dieses Klocklock weg. Ich weiss nicht, ob das jemandem aufgefallen ist. Mich hat das halt gestört, weil meine alte Tastatur tatsächlich in Krach gemacht hat. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Mit wem redet der denn da? Das ist doch aber hoffentlich tatsächlich bloß noch einer. Nicht, dass da hinten auch noch einer ist. Das klappt sogar. Der ist nah genug. Sehr gut. Gleich wieder in Deckung. Da ruft jemand. Okay, schnell. Steh auf, steh auf. Hier liegen eben noch Sachen rum, die wir mitnehmen können. Zumindest ein Teil davon. Das scheinen dort... Äh, Dingensier, genau. Moment, hier war da auch noch was. Ja, ich komm ja gleich. Nur kein Gehetze. Hier hat es überall noch Loot. Ihr lebt. Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Ähm, das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los, ins Haus. Okay. Gleich, gleich, gleich. Erstmal noch die Sachen mitnehmen, die hier noch rumliegen. Wir können noch nichts mehr mitnehmen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Lass mich mal schnell hier hinten noch gucken. Hier liegt nämlich auch noch was. Na, liebe Ratten? Ihr seid mittlerweile wirklich gute Freunde geworden. Halt! Da liegt auch noch etwas. Auch das wollen wir mitnehmen. So, dann gehen wir mal gucken. Was hier drin wohl dann ist. Zu. Ja, mach mal. Beste. Oh, da kommen die Wachen. Ugo kümmert sich um sie. Äh, schalte die Patrouille aus. Okay, das müsste man mit den Ratten eigentlich machen können. Ist das zu weit? Oh, echt jetzt? Da kommt schon einer. Ach, come on. Ich ahne es. Jetzt gleich das Ganze nochmal. Ähm. Mal gucken. Ne, haben wir Glück gehabt. Okay, wir sind vor dem Eingang. Jetzt kurz überlegen. Wenn wir natürlich zuerst mal überall das Licht sozusagen löschen. Dann kommen hier ganz ordentlich andere Ratten raus. Da hinten komme ich nicht ran. Da gehe ich nochmal ein bisschen zurück. Wie sieht es hier aus? So, alles gelöscht. Ich komme gleich, oder Rick? Ich möchte nur wirklich überall das Licht zuerst weg haben. So, dann sollten wir doch hier halbwegs eigentlich Ruhe haben. Hier hinten ist noch was. Das kann ich leider nicht mitnehmen. Okay. Jetzt irgendwie schon mal hier, zack, die neun drücken. Dann haben wir hier die Ratten. Und dann können wir die nämlich ein bisschen lotsen. Ach so, jetzt muss ich wahrscheinlich erst nochmal hier kurz zur Tür. Okay, geht nicht. Roderick, bitte. Das ist eine gute Idee. Und wir gehen schon mal in Position. Okay, wir schnappen uns die Ratten. Und schicken die mal irgendwie nach da hinten, wenn sie irgendwie gehen würde. Moment, ich muss glaube ich näher ran. Das klappt so nicht. Oh, oh. Habe ich nicht noch eh? Ich habe nicht mehr eh. Warum mache ich denn eh nicht mehr? He. Ah. Okay, wir gehen nochmal runter. Ich würde sagen, wir looten mal nochmal. In Ruhe. Damit wir wirklich alles haben, was wir benutzen können. In irgendeiner Form. In der Hoffnung, dass ich nochmal Somnum hinkriege. Weil, wie soll man den denn wegkriegen? Wenn der immun ist gegen die Ratten wegen seiner fetten Rüstung, dann wird es natürlich schwierig. Sei jetzt aber auch gar nichts mehr. Das haben wir alles schon weggenommen. Okay, da uns die Ratten ja nichts anhaben können. Können wir natürlich das Feuer jetzt schon löschen? Habe ich das Feuer löscht, ingens? Ja, eigentlich ja. Okay, hier oben. Hallo? Was macht sie denn jetzt? Ach, das ist schon... Das ist schon aus, das Feuer. Ach, du grüne Neune. Okay, ich dachte mal, da keine Ratten sind, dass da das Feuer vielleicht noch an ist. Denkst du, da hinten blinkt es noch? So, es ist schon spät in der Nacht. Ich merke es. Da hinten blinkt es. Das nehmen wir natürlich alles mit. Dankeschön. Vielleicht war es genau das, was wir noch gebraucht haben. Kann natürlich sein. Ja, das war jetzt nicht allzu weit weg. Gut, mal gucken. Ne, da fehlen noch zwei. Blöd, ich hätte das Somnum nicht verschwenden dürfen. Aber okay. Das war auch keine Verschwendung, weil das hat uns das Leben gerettet. Von daher... Da können wir leider nichts mehr machen. Das ist der Rest von dem einen Soldaten. Schon krass. Ja, wie kriegt man denn den Grossen da weg? Das ist ja tatsächlich irgendwie... Also, wir können ja nochmal durchgehen. Wir haben... Ähm... Steinchen. Das bringt gar nichts. Eigentlich müsste er den Helm ausziehen. Ähm... Ignifer bringt auch nichts. Löscht Feuer bringt auch nichts, weil er kein Feuer hat. Somnum halt. Äh, starke Lichtquellen, die Ratten eliminiert. Nein, die Ratten machen ihm nichts. Oder Oris lockt Ratten an. Bringt auch nichts. Bringt tatsächlich alles nichts. Ich muss sagen, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen überfragt. Ähm... Wie man diesen Grossen wegkriegt. Was übersehe ich denn? Was kann man denn mit diesen Grossen machen? Roderick wäre eigentlich ein Fall für den. Hat er doch auch schon gemacht. Von hinten anschleichen. Ich würde sagen, wir machen es mal so, dass wir darauf achten, dass Roderick das lösen kann. Okay, habe ich alle Lichter gelöscht? Da ist noch so ein Teil. Moment, das müssen wir auch noch schnell löschen. Oh, was war das? Schon flitzen wir hier wie ein Ruhm. So, jetzt kommt er von dort. Okay, der ist weg. Bei dem Funzel. Oh, was war das? Zu wenig Zielwasser getrunken. Okay, haben wir. Bei ihm wäre es wieder der Korb. Okay, haben wir auch. Bei ihm kommen die Ratten. Und der da unten ist ja tatsächlich ein Fall für Roderick. Da kann ich sonst überhaupt nichts machen. Ähm. Das geht nicht. Wir kriegen den mit den Ratten nicht weg. Welche Flammen denn? Welches Feuer denn? Ähm. Weil da unten noch brennt, kann das sein? Lauf mal. Ich hoffe, Roderick folgt uns unauffällig. Vielleicht taucht er irgendwann noch das Kuh auf. Ähm. Muss ich da tatsächlich das hier unten noch schnell wegmachen? Dann kann es in der Nähe. Ich weiss es. Mach mal weg. Haben wir kein Dingens mehr? Moment. Stellen wir her. Gewegen uns aber nochmal schnell, weil der kommt natürlich. Okay. Die Neun. Die Ratten schnappen. Und jetzt? Wo ist er hin? Ach, jetzt kommt er oben rum. Okay. Moment. Dann geh nochmal unten rum. Vielleicht geht es ja doch mit den Ratten. Mach die Ratten. Nein, ich mach die Ratten nicht. Warum macht sie denn die Ratten nicht? Come on. Irgendwie. Hä? Was ist denn das? Moment. Die Neun. Jetzt habe ich die Ratten aktiviert. Come on. Jetzt müsste es doch gehen mit den Ratten. Geht nicht mehr. Jetzt. Aber sie machen nichts. Weil er hat natürlich auch ein brennendes Schild. Ah. Und Kuh geht auch nicht. Dann sind wir natürlich auf Deutsch gesagt ein bisschen angeschmiert. Wenn uns Roderick hier nicht helfen kann. Also mit den Ratten geht es nicht. Roderick, mach mal Kuh. Vor allem der läuft ja an Roderick vorbei. Das interessiert ihn gar nicht, dass der da oben ist. Seht ihr das? Ja, im Prinzip müsste ich... Ich muss das Dingens löschen. Genau. Und jetzt die Kollegen Ratten holen. Ah. Moment. Kommt er? Er hat schon wieder entzündet. Ach, was für ein Spielverderber. Gibt es ja nicht. Falsche Taste. Okay. Wir gehen nochmal rauf. Das ist eine wieder falsche Taste. Ich möchte doch eigentlich nur... Ähm... Hier nochmal herstellen. Okay. Die Ratten nehmen. Doch, doch. Wollen sie. Du musst sie nur erwischen. Ah, es geht wieder nicht mehr. Er hat schon wieder das Feuer entzündet. Oh. Aber er hat ins Leere gehämmert. Okay, jetzt können wir aber, glaube ich... Doch, wir können nochmal. Äh, aber jetzt nochmal rennen. Wir müssen das in der Nähe der Ratten machen. Ich glaube, das wäre einfacher. So. So. Und jetzt drehen. Jawohl, jetzt klappt's. Okay. Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Rudrik. Ja. Okay, war ein Krampf, aber hat geklappt. Also, können wir noch was mitnehmen? Weil jetzt haben wir natürlich wieder keine Sachen mehr. Ne, Töpfe brauchen wir gar nicht. Das lassen wir. Ja, vielleicht ist im Haus drin ja noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Das kann natürlich auch sein. Da, zum Beispiel dieses hier. Was denn? Ne, das hat die Frage, ob wir hier Feuer löschen können. Ich guck mal ganz schnell. Bringt das was? Wahrscheinlich ja. Aber, ja, wir können ja nicht die ganze Zeit hier. Ja. Ich würde sagen, wahrscheinlich einfach Feuer löschen an den Punkten, wo es halt wirklich Sinn macht. Aber, mein Gott, da holt man sich eine Rauchvergiftung. Also, irgendwie ist das natürlich sowieso nicht wirklich ideal, würde ich mal behaupten. Geht er hier durch? Jawohl. Nur Mut. Schaffst du das? Bist recht. Sehr gut. Kann ich hier irgendwo irgendwas? Kann ich hier irgendwo irgendwas? Nein, kann ich nicht. Da, mach mal. Kannst du das übernehmen? Bin dran. Wir haben schön das Feuer gelöscht. Können wir noch mal was herstellen? Wir können. Das klingt gut. So. Da können wir noch zwei Sachen mitnehmen. Zwei, drei. Ja, wie gesagt. Also normalerweise ist das natürlich so eine Rauchvergiftung. Ja. Das kann man glattwegs vergessen, dass das gehen würde. Behaupte ich jetzt mal als Nicht-Feuerwehrmann. Oh, da ist schon der Nächste. Schnell in Deckung. Ja, ich würde auch sagen, das wäre was für Rodrik. Sehr gut. Das knackst so schön. Ne, möchte ich auch nicht. So, das nehmen wir auch mal noch mit. Da hinten ist noch Zeugs. Bevor wir jetzt weitergehen, gucken wir schnell. Ob wir noch irgendwas zaubern können? Nein, leider nicht. Brauchen wir irgendwas dringend von dem, was wir noch zaubern könnten? Nein, im Moment auch nicht. Okay, dann düsen wir mal weiter. Aber das machen wir jetzt eher langsam, würde ich vorschlagen. Nachdem wir... Oh, jawohl. Das sind zu viele. Wobei, da könnte man natürlich mit dem Steinchen was machen. Oh, das da sind aber eigentlich keine Feinde. Da könnten wir eigentlich wirklich mit der Steinschleuder arbeiten. Da hinten ist noch einer. Der hat eine Laterne. Wenn wir irgendwo Licht löschen, von wegen, dass die Raten kommen. Ich würde sagen, den hier machen wir mal weg. Echt jetzt? Hat das schon gereicht? Oh, ich habe doch aber... Eigentlich... Ich habe eigentlich noch geschossen. Aber das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Irgendwie... Hm... Nein. Irgendwie nein. Okay, haben wir schon gelootet? Also, nee. Ich wollte gerade sagen. Weil natürlich, ähm... Ja, wenn der Speicherstand davor gespeichert hat, dann ist das wieder weg. Na, jetzt möchte das Crew wieder nicht mehr gehen. Jetzt geht es wieder. Genau. Gut gemacht. Habe ich mir schwieriger vorgestellt. Ja. Ist immer eigentlich ähnlich gleich. Äh... Schwer, würde ich mal behaupten. Aber man muss schon sagen, Respekt dafür, dass er das so gut hinkriegt. Weil das sind dann doch relativ üble Brummer teilweise. Aufgepasst. So, wie machen wir das? Ich denke irgendwie, das müsste eigentlich mit Ratten funktionieren. Das sind zu viele. Ich kann halt nirgends das Licht löschen. Und ich sehe auch nirgends irgendwie so ein Ratten-Dingens. Vielleicht dann noch hier mal schauen. Ja, oder halt tatsächlich doch mit Steinschleuder. Wenn der da weg ist, den könnten wir aber auch mit Steinschleuder eigentlich erwischen. Mach mal. So, so eine Steinschleuder hat schon seine Qualitäten. Und jetzt ist der andere weg. Der hat das nicht mal mitgekriegt. Das heißt, wir können hier schon mal runter. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Oh, viel Glück. Hey, wartet. Oh. Feiner. In Deckung. Bogenschützen. Oh, lalalala. Haltet die Augen auf. Niemand darf sich der Kathedrale näher. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da. Das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Das Fallgitter. Okay, wir werden ja erstmal in Ruhe Sachen mitnehmen. Die Armen. Da haben wir sie befreit. Und dann werden sie niedergestreckt vom Bogenschützen. Aber der Bogenschütze muss ja dann irgendwo da oben sein. Nicht, dass der uns dann auch noch irgendwie, äh, meuchelt. Hier haben wir noch einen Wagen. Zu gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Hey. Ist doch jemand, oder? Schnell weg. Da oben blinkt es eh noch. Wir rennen mal. Das ist aber irgendwie da hinten. Komme ich hier lang? Ja. Diese Gasse. Da ist eine Kette auf der anderen Seite. Kennst du dich hier aus? Wir sollten das öffnen können. Äh, mach mal. Bleibt hier. Kein Mucks. So mach ich jetzt. Ja, wie machen wir es? Kann ich jetzt irgendwie... Nee, ich dachte, ich könnte irgendwie Roderick vielleicht darüber schicken. Oder Hugo. Aber dem ist wohl nicht so. Das reimt sich sogar. Hä. Da wäre ein Loch. Kommst du da nicht durch? Müssen wir jetzt tatsächlich nochmal irgendwie außenrum? Das mag mir irgendwie nicht gefallen. Ja, okay. Das klappt sowieso nicht, weil Hugo sonst Panik schiebt. Nee, nee, da bin ich doch. Guck mal hier. Steh genau hinter dir. Das geht auch nicht. Ähm. Ja, ich dachte, dass irgendwie Hugo vielleicht... Wisst ihr was? Hugo muss mitkommen. Bewegt euch. Bewegt euch. So. Und dann gehen wir nochmal gucken. Vielleicht hier. Guck mal hier. Das schöne Loch. Da kommt man doch unten durch. Oder wo müssen wir lang? Da ist auch nochmal eine Tür. Okay. Da kommen wir aber nicht durch. Ich hätte jetzt eigentlich schwören können, dass die irgendwie aufgeht. Ja, dann liegt die Lösung nicht hier hinten begraben. Hier liegt was ganz anderes begraben. Nämlich die Ritter, die Überreste von denen. Da können wir eigentlich auch noch rein. Wir haben ja verschiedene Alternativen. Da könnte man schieben. Oh, eine Werkbank. Können wir denn noch was bauen? Bänder. Sonst haben wir hier eigentlich nichts mehr. Und Bänder. Ja, die Schleuder schiesst jetzt lautlos. Das haben wir bereits gemacht. Und ansonsten können wir gerade nichts machen. Okay. Blöd, aber wahr. Ist hier noch was? Nein. Sonst ist hier nichts. Eben, schieben. Das Teil. Die Frage ist, was das dann da oben soll. Und in die Richtung kommen wir ja auch nicht. Oh, hier geht es aber irgendwie auch noch lang. Aha. Okay. Schnell die Sachen mitnehmen. Da können wir nichts mehr mitnehmen. Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Roderick? Ja, irgendwie gefällt das Roderick nicht. Ah, da komme ich auch nicht rüber. Aber ich kann natürlich, nehme ich mal an, wenn Roderick nicht im Weg steht, weil sonst sehe ich nichts. Kann ich da nicht die Kette wegschießen? Doch, das müsste doch eigentlich gehen. Ich komme hier nur nicht wirklich schön durch. Geh mal einen Schritt zurück. Roderick, bitte schön. Danke. So, jetzt nochmal testen. Ja, jetzt geht es. Okay, jetzt können wir von vorne da rum. Auch wenn Roderick das nicht gefällt. Ich weiss nicht, warum ihm das nicht gefällt. Aber irgendwie scheint er da nicht so begeistert zu sein. Irgendwas mit dem Wagen ist dann wahrscheinlich auch noch. Aber jetzt gehen wir erstmal hier gucken. Nein, ich wusste es. Was denn? Was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Nicht so rein, hallo. Wo ist das sein Haus? Was kann ich sein? Nichts mehr übrig. Haben Sie denn das Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los, wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Ja, und Roderick nehmen wir mit. Würde ich vorschlagen. Das ist ganz klar. Gut, aber was wir jetzt hier genau machen müssen? Morgen den Wagen schieben oder so? Jetzt habe ich sie schon vorweggenommen. Genau, das gucken wir morgen. Ob wir den Wagen schieben müssen. Ich nehme es mal stark an. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017